Die Jahre vergingen, und die Beziehung von Luca und Christina wurde immer stärker. Sie zogen zusammen in die Schweiz und bauten sich dort ein gemeinsames Leben auf. Ihre Leidenschaft für Tanz und Musik verband sie noch mehr, und sie inspirierten sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen. Die Fans verfolgten gespannt jede ihrer Bewegungen und fieberten mit ihnen mit. Nun, da das große Finale der diesjährigen Staffel von Let's Dance bevorstand, waren die Gefühle bei Luca Henni besonders intensiv. Er nutzte die Gelegenheit, um seiner geliebten Christina eine öffentliche Liebeserklärung zu machen. In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto von sich und seiner wunderschönen Partnerin und fügte rührende Worte hinzu. Diese herzlichen Worte rührten nicht nur Christina zu Tränen, sondern auch die Fans des Paares. Die Kommentarspalten auf den Social-Media-Plattformen füllten sich mit Glückwünschen und Liebesbekundungen. Luca und Christina waren überwältigt von der positiven Resonanz und fühlten sich in ihrem Glück bestätigt. Luca und Christina wussten, dass sie etwas Besonderes hatten. Ihre Liebe war stark und aufrichtig, und sie hatten keine Zweifel daran, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollten. Die Hochzeitsglocken würden schon bald läuten, das war sicher. Doch im Moment genossen sie einfach nur ihre Zeit als verliebtes Paar, das durch die Tanzschul-Let's Dance zueinander gefunden hatte. Die Zukunft lag vor ihnen, voller Möglichkeiten und Abenteuer. Gemeinsam würden sie jeden Schritt gehen und ihre Träume verwirklichen. Luca und Christina wussten, dass sie mit ihrer Liebe alles überwinden konnten. Sie waren bereit, den Tanz des Lebens gemeinsam zu tanzen und sich von nichts aufhalten zu lassen. Zusammen schwebten sie weiterhin auf Wolke 7, fest entschlossen, ihr Glück bis ans Ende ihrer Tage zu feiern.